Ist inzwischen durster geworden. Dann würde ich mal vorschlagen, wusstet du nicht rum mit Tazun. Mal kurz bis zum Morgen. Okay, wir haben die ganze Nacht lang hier rumgestanden. Nö, den Schmied suche ich. Haben wir dann Schmied hier gesehen? Sieht wie ein Schmied aus. Dann steht es vor dir. Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Ein Zwerg. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist? Armleuchter. Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles. Vorsicht mit den Beleidigungen. Sonst trage ich noch zu deinem Unglück bei. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einer der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten. Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Gut, kannst du mir eine Rüstung herstellen? Ich darf als bei mir keinen verdammten Kopper. Sie geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Sie meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Dann schmied ich dann bestimmt ins Pass. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Schmelz, viel Glück. Okay, durchgeknallte Brandstifter. Ja, die Quest sollte noch mal verfolgen. Äh, ja. Ich kriege noch ein paar mehr Hinweise darauf. Achso, hinter der Schnieder. Ich würde es mal nachgucken. Ein paar Büsche. Die Bäume lenken ab. Okay, hier haben wir Spuren. Es dürfte auch leicht sein. Über die Täter zu finden. Stiefelspuren. Ein Mann. Ein Großer. Aha. Natürlich ein Großer. Die Großen müssen ja auch immer hier auf die Kleinen. Stinkt nach Pisse. Und Schnaps. Besoffen war er also auch noch. Scheiße, jetzt durch einen Trank getrunken. Ah, jetzt durchgeknallte ich 3er. Okay, da war mir gerade interessant aus. Ich kann gerade nicht trennen. Probieren mitzunehmen. Okay, da war ich schon in die Spuren. Hier gibt es ein Angeln, Fischennetz und Geld. Äh, ja. Wir werden ihn finden. Weitere Spuren hier irgendwo. Wo ist die Blume? Also wenn er ganz dumm ist, ist er hier an derselben Stelle rausgestiegen. Wenn er klug ist, dann ist er ein bisschen... Ist er ein bisschen flussabwärts gelaufen. Ah, hier. Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Hat seine Stiefel im Schilf verloren. Mhm. Detective Deerals. Er blutet, aber nicht stark. Oberflächliche Wunde. Aha. Braucht niemanden mit einer Wunde. Die Spur führt wieder ins Dorf. Okay, er war nicht ganz clever, aber... Naja. Da treffen wir uns wieder. Danke für die Rettung. Die Leute sagen, wir haben vielleicht was kaufen. Den kennen wir. Aber ich fand diese Gilde immer ehrenhaft. Deine Waren hast du noch, wie ich sehe. Mein Wagen ist noch nicht repariert. Die Zeit vergeht. Meine Verluste wachsen. Brauchst du was? Ich gebe es dir für die Hälfte. Mhm. Und was hast du denn so? Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Aha. Kann ich mir wohl nicht leisten. Ja, sieht ganz so aus. Scheuklappen. Satteltaschen. Kommen wir dann später wieder. Anfängerwaffenreparaturset. Oder wir haben hier ein Reparaturset. Brauchen wir es nicht so dringend. Grindkarten. Baumwolle. Rezept. Nicht schlecht. Und da haben wir das Geld auch nicht viel, oder? Ach, das ist da. Warum ist das hier durchgestrichen? Ging wir wohl noch nicht, oder was? Kann man es sowieso nicht leisten, aber... Leere Flasche. Da hätte es nicht wirklich das genialste Zeug, aber... 183 haben wir noch nicht. Das ist alles zu teuer. Ich tue noch was von so einem Kram zu kaufen. Ohren, Währung. Den hätten wir noch genügend, oder was? Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Nicht in den Münzen. Okay. Können wir handeln. Okay, ich würde das... Dafür kriegst du Monsterauger. Ah, okay. Okay. Ich meine, nichts wird mir noch gebrochen. Gibt es irgendwas, was Geld bringt. 2, 1, 1, 1, 6, 2, okay. Das hat acht für ... 31. Das ist aber egal ein gutes. Der Händler hat 152 oder was. Das ist echt krumm. Jus und vornieren. Lass bleiben. Später vielleicht. Jetzt Mull. Einfach zur Seite. Beflücken. Was haben die Leute getan? Sie konnten den Kopf hier schlecht wieder annehmen. Hallo Gans. Aha. Tricks zu seinem Haus. Hier endet die Spur. Aber ich erkenne ihn an den Wunden. Mhm. Was willst du? Er hat keine Wunden, oder? Über die Spur. Beurent auch keine Wunden. ein bisschen klauen das wäre ein Schnaps hat nichts gesehen einfach ein bisschen die Besteibe gehen ok, und wo? wo haben wir nicht, wenn jemand fragt was willst du mal gucken ob du da wunden hast ok, aber er sieht unverletzt aus ah, hier anlösen habe ich nicht recht sonst geht es hier gleich in den Taubtumpf hör mal, wir können das unter uns regeln ich gebe dir Gott ja, wir regeln das hier gleich unter uns nachdem man Zwerge so bleicht hat mich kannst du nicht kaufen dann haue ich dir die Visage zu breit kannst du versuchen versuche es doch ich bleib gerne in Übung aha ich breche dir gleich noch mehr wenn du Wetterzwerge überlegst mach keinen mach keinen Unfug hier, bitte der Dorf Pyromane höchstpersönlich na du? ich hab deine Mutter so lange gekannt und dir kaum je was berechnet so dankst du es mir das reicht hey Soldat auf ein Wort nein Willis bitte nicht ich war betrunken ich wusste nicht was ich tat ich hab dir doch gesagt Meister Willis wir helfen dir beim Neuaufbau wenn der Nachschub kommt ist alles geordert darum geht es nicht Kollege das hier ist der Brandstifter der Hexer hat ihn gefunden die Schmiede war wichtig für die Garnison und ihre Zerstörung war Sabotage kein Verfahren erforderlich nur ein Baum Oha Wollen die den jetzt dran nehmen oder was? Hertha konnte die Strafe nicht sein aber sie ist verdient weißt du ich hab die Schwarzen zuerst gehasst wie alle anderen auch aber langsam glaube ich dann wird der jetzt erst auf einen Baum knallt oder was? und diesen Wegelagerern Manieren beibringen aber genug davon deine Belohnung und ich konnte ein paar Dinge aus dem Feuer retten der Amboss ist noch ganz was drauf hemmen kann ich noch wenn du was brauchst sag Bescheid ich mach dir gute Preise Jemm ich bräuchte jetzt was ein wiedergehender Kunde ein wiedergehender Kunde ein wiedergehender Kunde ein knatter Bandstifter was brauchst du diesmal? äh ja ich möchte dass du mir etwas anfertigst Zutaten fehlen sehr toll auf dem Bildschirm siehst du eine Liste der Schemas in deinem Besitz klicke zum Auswählen auf eine Kategorie oder ein Schema rechts auf dem Bildschirm siehst du eine Beschreibung des aktuellen ausgewählten Gegenstands in dem Bildschirm siehst du die erforderlichen Komponenten zum Herstellen des Gegenstands auch Handwerker müssen essen wenn dir Handwerker etwas anfertigen soll musst du ihn für seinen Dienst entlohnen weil du das erforderliche Geld hast drücke Eingabe das ausgewählte Schema herstellen zu lassen du musst einen Handwerker auftreiben der über die richtige Spezialisierung wie Rüstungs- oder Waffenschmied für den Hebel ein Gegenstandstyp sowie über das erforderliche Können verfügt um einen Gegenstand der Qualität anzufertigen einige Gegenstände lassen sich zerlegen um neue Handwerkerzutaten zu verlangen suche dazu einen Handwerker auf und wähle zerlegen äh ja Zutaten fehlen das fehlen überall die Zutaten für na du Schande zeig mir was du zu verkaufen hast ok Rüstung 35 kostet nur viel zu viel ja das ist ja gold die Rüstung wäre schon nicht schlecht. Können wir irgendwas verkaufen? 208 Euro, das kriegen wir niemals, das müssen wir all unseren Inventar verkaufen. 2077 Euro. 2077 Euro. Und verkäuflich. 106 Euro haben wir jetzt. 49 Euro wird aber noch nicht reichen. 50 Euro zahlen wir jetzt ein bisschen vernünftig für was soll es. Wer wird schon ein neues Inventar bekommen. Das hilft uns ohne alles nichts. Können wir uns nichts leisten. Aber hier ist es nicht, dass der die Rüstung herstellen kann für Krieger Lederjacke. Jetzt haben wir was verkauft. Das Leder hat man gebraucht. Die Sachen hätte vielleicht 2 von denen gehabt. Das hat er gehabt. Davon brauchen wir 2er. Wie viel brauchen wir davon noch? Ich muss zumindest hier die Leder herstellen lassen. Eine Zutat fehlt, 1 Leder brauchen wir. Dafür reicht es dann noch. Jetzt sind wir wieder pleite. Dann kommen wir später nochmal vorbei. Okay. Nicht genügend Mütze. Na toll. Dann müssen wir vielleicht noch ein bisschen 36 haben. Vielleicht können wir noch ein bisschen was verkaufen. Perfekt. Dann sind wir komplett blank. Na dann. Erfolgreich hergestellt. Eine Lederjacke. Leb wohl. Blechmanns Inventar. Die Lederjacke ausrüsten. Ich hoffe sie bringt was. Oberkörper. Oberkörper. Oha. Hoa. Oberkörper freien Kampf. Bis noch hier irgendwer jetzt eine Lederrüstung haben. Oder nicht. Was haben wir gerade herstellen lassen da. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Leb wohl. Hier wo finde ich jetzt das Zeug. Hat es mir schon angefertigt oder dauert das noch. Ja. Okay. Aber wo. Inwiefern ist die besser gegen die Rüstung. Was heißt die Rüstung. Wahrscheinlich gar nicht. nicht. Okay. 3. Ich hätte gern ausgerüstet. Die Lederjacke die ich gerade besorgt habe. 6 Rüstung. 4 Rüstung. den Parker belegt. 3 Rüstung. Es wurde jetzt eine Rüstung. 4 Rüstung. Dafür ist die eine Rüstung. mal angeguckt was wir jetzt hier gerade gehören hat ja nur gegenstehen wo finde ich das wo ist das ja ich muss das nicht mit den italien Jetzt habe ich das anfertigen lassen und habe das nicht. Katze. Es geht doch nicht, dass ich das jetzt nicht habe. Neugierig stehen, das steht da drin. Wo ist das Essen? Nicht bekloppt, oder? Es müsste eigentlich hier irgendwo dauern. So, ja. Also. Christkarte. Schreibt es mir mal in den Kommentaren. Und das wäre es im Chat. Tja, ich werde gerade echt nicht schlau. Habt ihr auch scheinbar gerade nicht an. Tja. Also. Hätte ich sonst gekauft. Und dann auch für einen Kampf. Massiv unverbreitet, aber was solls. Hier gehts lang. Plötzern. Plötzern. Das würde ich glaube ich lieber abhauen. Es wird gleich ein Greifskampf stattfinden. Ich fahr zurück doch abhauen. Ich fahr zurück doch abhauen.